Moin Moin und ein herzliches Willkommen bei Finanzkroko. Heute habe ich fünf vielversprechende Aktien mitgebracht, die ich mir die Tage angeschaut habe. Und beginnen wir auch direkt mit dem ersten Unternehmen, das ist Qualis. Ja, Qualis kennt ihr wahrscheinlich, wenn ihr mich bei Instagram verfolgt. Dann habe ich darüber auch schon einen Bericht geschrieben bei Instagram über das Thema Cybersicherheit. Aber auch ein Video habe ich dazu gedreht in den letzten Tagen und da ist Qualis auch mit drauf gewesen. Wir sehen hier ein Qualitätscheck von Qualis, 15 von 15 Punkten. Das haben nicht viele Unternehmen aus diesem Bereich Cybersicherheit, die auch natürlich mit einem Börsenwert von etwa nur 4 Milliarden notieren. Das ist immer noch ein aufschrebender Markt und Qualis ist einer der wenigen Unternehmen aus dem Bereich Cybersicherheit, die wirklich einen Qualitätscheck von 15 Punkten bekommen, weil hier Qualis macht Umsatz und die sind auch rentabel. Die machen Gewinn und das ist nicht jedes Unternehmen macht in diesem Bereich, weil die noch so klein sind und machen nicht jeder Gewinn, sondern sind wirklich Wachstumsunternehmen. Und Qualis ist halt so ein Wachstumsunternehmen, was sich aber schon etabliert hat. Und dazu auch sehr, ich sag mal, sehr starke Partner wie Dell, Fuji, HLC haben die als Partner. Und ja, also das Unternehmen finde ich da wirklich, wirklich sehr, sehr gut aufgestellt. Ist einer der Favoriten aus dem Bereich Cyber Security bei mir. Und schauen wir uns das mal etwas genauer an. Wir sehen hier Umsatzwachstum der letzten 5 Jahre im Schnitt von 20% und Gewinnwachstum der letzten Jahre etwa 13-14% pro Jahr an Gewinnwachstum. Stabilität sehen wir auch hier extrem stabil. Das heißt, das Unternehmen macht immer mehr Umsatz und Gewinn kontinuierlich. Mal nicht weniger, mal mehr, mal weniger, mal weniger, mal mehr, sondern es ist wirklich bei 99-98% quasi konstant seit Jahren, Jahr für Jahr immer mehr. Und das ist natürlich, zeichnet natürlich die Stabilität des Unternehmens oder die Qualität des Unternehmens natürlich aus. Wir schauen uns mal die Qualität, die ist bei 5, okay, das ist in Ordnung. Finanzverschuldung sehen wir hier bei 7%, das ist auch Häkchen dran. Also sehr feines Unternehmen. Hier sehen wir nochmal in grafischer Form die Gewinnentwicklung und Umsatzentwicklung. Also auch das ist natürlich für jeden Aktionär ein Traum, würde ich nicht sagen, aber so soll das quasi sein. Das erfreut einen, wenn natürlich nach oben die Balken gehen. So, der Kurs hat sich auch, ich sag mal, aus den letzten 4 Jahren schon verdreifach, vervierfacht. Wir sehen, wenn wir 2016 mal anschauen, dann lag das Unternehmen bei etwa zwischen 20 und 30 US-Dollar. Mittlerweile bei 110, wir lagen auch vor ein paar Wochen auch bei 120, 125, bedeutet also ungefähr verdreifacht in den letzten 4 Jahren. Dem in Folge hier auch sieht man auch, in den letzten 5 Jahren 20% Performance pro Jahr, wir haben es vorhin auch schon gesehen oben. Und ja, dazu vielleicht nochmal schauen wir uns hier das Ganze an. Wir haben hier noch gesehen, Verizon und Vipro sind auch Partner von Qualys und ja, was wollte ich nochmal zeigen? Genau, wir haben hier die Umsätze, sehen wir, die sind am steigen. Wir haben gesehen, Gewinne werden auch schon seit Jahren generiert. Das ist wie gesagt nicht so selbstverständlich in dieser Branche. Und dann schauen wir uns mal die wichtigen Daten an. So, und einmal, Rentabilität, also Kapitalrendite bei etwa 15%. Ja, super, Häkchen dran, passt. Nettomarge 20%, wir haben hier Umsatzwachstum, haben wir schon gesagt, 20%, Gewinnwachstum etwa 14%. In den nächsten Jahren soll etwa der Umsatz um 11% wachsen, was ich aber für sehr konservativ halte. Ich denke mal, das Unternehmen wird weiterhin Umsätze und Gewinn auch in diesen Klasse weitermachen zwischen 14 und 20%. Davon gehe ich aus, da diese Branche immer sehr gefragt ist und wir natürlich die Automatisierung und Digitalisierung, natürlich die Unternehmen vorankommen. Und solche Unternehmen wie Qualys sind da natürlich die Profiteure, weil die natürlich diese Cybersicherheit für die Unternehmen bietet. Wir haben hier Petrovski F-Score auch noch zu sehen, 8 von 9 Punkten, auch das ist sehr, sehr gut. Also, das Unternehmen ist auf meiner Watchlist, wird sich wahrscheinlich für den Bereich Cyber Security in meinem Depot sich wahrscheinlich wiederfinden. Das Unternehmen. Da schaue ich mir noch ein bisschen genau an, wie sich das Ganze im Kurs weiter verläuft und dann vielleicht einen richtigen Moment zuzuschlagen. Also, ich kann hier ein bisschen kleiner. So, sehen wir hier, dass wir uns hier wieder nach oben bewegen. Jetzt könnte vielleicht in den nächsten Tagen wieder ein Trend entstehen. Wenn nach oben geht, kann man sich jetzt auf jeden Fall überlegen, ob man da jetzt mit drauf springen tut. Gut, so, also auf meiner Watchlist ganz weit oben das Unternehmen für Cyber Sicherheit. Dann haben wir als nächsten interessanten Wert, das ist Hershey. Ja, Hershey aus USA, ich sag mal aus dem Konsum. Die machen Schokolade in den USA, also hauptsächlich wirklich in den USA. Man kann sagen, Schokolade macht glücklich und der Kurs von Hershey ist in den letzten Tagen für jeden Nationär auch ein Glücksgefühl gewesen. Können wir uns aber gleich erstmal anschauen. Hier bekommt er auch 13 von 15 Punkten das Unternehmen im Qualitätscheck. Ich scrolle mal runter, dann sehen wir hier den Kurs. So, seit 2011, jetzt in den letzten, sagen wir, neun oder zehn Jahre, hat sich der Kurs hier verdreifacht. Ja, oder eigentlich sogar mehr, ja quasi eigentlich schon vervierfacht, zumindest in den Höchststand, wo er stand. Hat lange Zeit auch seitwärts sich bewegt, jetzt 2014 bis knapp 2018, Anfang 2019 und erst dann hat sich das Ganze nach oben. Denn wie gesagt, Schokolade macht glücklich und das produziert quasi dieses Unternehmen. Ein interessantes Unternehmen für, ich sag mal, für konservative Investoren ist das auf jeden Fall ein Blick wert. Und da schauen wir uns einfach mal an, wie denn die Daten aussehen vom Unternehmen. Die Marktkapitalisierung liegt hier bei 30 Milliarden. So, ja, also Süßigkeiten, Schokolade, wird alles produziert und hauptsächlich wirklich auf dem amerikanischen Markt veräußert. Das ist also wirklich nur dort quasi unterwegs. Umsätze sind langsam am steigen. Das ist, hat man ja gesehen, so zwei, drei Prozent pro Jahr. Also sehr konservativ, aber dafür stabil. Gewinne sind auch vorhanden, natürlich, klar. Hier sehen wir 2020 etwa eine 1,2 Milliarden. Gegenüber von 2019 1,1 Milliarden. Also hier eine Steigung. Und 2021, also nächstes Jahr, wird laut Prognose 1,3 Milliarden Gewinn erwartet. Also auch eine Steigung. So, dementsprechend ist natürlich der Kurs ja auch weiter nach oben gesprungen oder gelaufen. Ja, dann haben wir auch hier die wichtigen Daten, die wir uns anschauen möchten. Hier Kapitalrendite, also wie wird das Kapital, denn alles Kapitalverzins quasi, kann man sagen. Also mit 20 Prozent bekommt man hier wirklich etwas für sein Geld geboten. Sehr, sehr gut. Gewinnwachstum etwa 7 Prozent in den letzten Jahren. Auch eine Dividende gibt es hier in den letzten fünf Jahren, wo die jährlich um etwa 7 bis 8 Prozent angehoben. Ja, die Eigenkapitalquote sehen wir hier. 20 Prozent ist in Ordnung. Und Petroskiewsko, also die finanzielle Sicht quasi mit 600 Punkten auch akzeptabel. Eigentlich auch schon recht gut. Gut, so, so viel zu diesem Unternehmen. Also wer Schokolade Süßes in seinem Depot haben möchte, kann sich dieses Unternehmen aus den USA anschauen. So, dann kommen wir zum dritten Wert. Das ist Traktor Supply. Ja, ein, sag mal, aus dem Bereich, ja, die also die produzieren Traktoren und solche Sachen. Das ist also, habe ich glaube ich schon mal vor einigen Jahren auf der Liste gehabt. Wenn ich mich nicht täusche, hatte ich glaube ich auch mal ein Video dazu gemacht. Hatte ich aber nie gekauft. Derzeit sieht das Unternehmen doch vielversprechend aus. Wir können uns vielleicht hier mal den kurzen Kurs anschauen. Und da sehen wir auch, hier haben wir einen Trend vorzuweisen. Also enormen Trend. Also hat sich quasi fast, nicht ganz verdreifach, aber 2,5-fach hat sich das schon seit April. Also der Kurs ist extrem stark gelaufen. Und ich denke mal, auch für die Zukunft werden wir hier noch weitere Kurs, ja, wird wahrscheinlich noch ein bisschen weiter nach oben gehen. Ja, ähm, was können wir hier noch zu anschauen? Wir sehen hier, Umsätze sind am steigen. Auch die Prognose für die Zukunft sieht nicht schlecht aus. Aber wir können uns mal hier die Daten etwas genauer anschauen. So, so, also ja, also aus landwirtschaftlichen Bereich sind hier tätig. Was ich gesagt habe, also die haben für die Heimwerker, für Garten, Traktoren haben sie, ähm, also quasi diese ganze, ja, Gartenbereiche. Und, äh, für den Heimwerker. So, Umsatz 2019 bei 8 Milliarden. 2021 sollen wir hier schon 2 Milliarden mehr liegen. Bei etwa 10 Milliarden auch Gewinn soll von 56, äh, von 560 Millionen auf etwa 57 Millionen steigen. Auch vielversprechend, ähm, das Ganze. Und, dann schauen wir uns auch hier die wichtigen Kennzahlen an. Hier, Kapitalrendite 18 Prozent. Auch das ist wieder sehr, sehr gut. Also, man sieht schon die letzten beiden und dieses Unternehmen, das Dritte, alle haben eine sehr ordentlich Kapitalrendite von 15 bis 20 Prozent. Und das ist natürlich das, was ein Aktionär auch haben möchte. Er möchte sein Geld ordentlich verzins bekommen. Und wenn das Unternehmen eine Kapitalrendite von etwa 18 bis 20 Prozent hat, dann kann man das schon auf jeden Fall beide Daumen heben und sagen, ja, super, super gut gelaufen. So, ähm, Umsatzwachstum der letzten Jahre 5, äh, 8 Prozent pro Jahr. Ja, und, äh, Gewinnwachstum 12 Prozent, auch das ist in Ordnung. Und, äh, dann können wir uns hier auch anschauen, was wir denn hier für einen Qualitätspunkt erhalten bei diesem Unternehmen. Ich denke mal, dieses Unternehmen hat wahrscheinlich auch der eine oder andere schon auf der Watchtower, sogar im Depot. Könnt ihr mir meine Kommentare reinschreiben, würde mich ein paar interessieren, wer dieses Unternehmen schon im Depot hat. Weil die letzten Jahre hatten wir ja wirklich eine Seitwärtsphase. Also sehen wir ja hier seit 2014 etwa bis jetzt wirklich 2020 quasi eigentlich nur seitwärts gelaufen. Klein, außer zumal nach unten, aber sonst eigentlich nur seitwärts. Und jetzt ist quasi ein Ausbruch gewesen, äh, seit dem letzten halben Jahr. Und jetzt, die Leute natürlich, die schon seit Jahren investiert sind, die können sich jetzt richtig drüber freuen. Ja, ähm, ich wollte ja nochmal den Qualitätscheck anschauen. Und der ist, liegt bei 14 von 15 Punkten, also auch super wert. Wir sehen, das sind Unternehmen, die sich wahrscheinlich langfristig, äh, schon rentieren werden. Also es sind Qualitätsunternehmen 14 von 15 Punkten, 13 von 15 Punkten. Also hier haben wir wirklich tolle Unternehmen. So, ähm, dann schauen wir uns noch die letzten beiden an. Hier haben wir ein niederländisches Unternehmen, ASML. Ähm, kennen wir schon auch die ein oder anderen aus dem Technologie-Sektor, aus dem Technologie-Bereich. Ähm, hier können wir uns auch vielleicht erst mal, mal die Daten anschauen, wie wir uns hier, ja, verhalten. So, da sehen wir 2019 bei etwa 12 Milliarden Euro Umsatz. Seit 2021 sollen wir hier schon bei fast 16 Milliarden liegen. Ähm, ja, also Halbleiterindustrie werden wir auch weiterhin benötigen, die Chips. Deswegen, auch das Unternehmen wird davon profitieren. Ähm, der Kurs ist auch sehr, sehr stark gelaufen in den letzten Jahren. Hatte ich auch, glaube ich, schon vor ein, ein, zwei Jahren oder auch vor Monaten auf meiner Liste gehabt. Habe ich bestimmt auch ein, zwei Mal schon erwähnt gehabt. Ähm, leider immer wieder verpasst, so ein Unternehmen halt wirklich zu kaufen. Hätte man, ich sag mal so, Anfang 2019 oder Mitte 2019 kaufen können, hätte man jetzt schon eine Verdreifachung des Kurses fast erwarten können. Also, auf jeden Fall für eine Verdopplung, auf jeden Fall. Aber, ähm, der Trend ist vorhanden. Und, ähm, Potenzial, genauso wie mit Infineon, hat ja auch Potenzial. Aber auch dieses Unternehmen, ASML Holding von, ähm, aus den Niederlanden, hat auch genauso wie Infineon enormes Potenzial in die Zukunft halt, weil wir einfach diese Chips und 5G und diese ganzen Sachen halt profitieren die. Und deswegen kann das Unternehmen auch weiterhin steigen. So, ähm, hier möchten wir uns auch mal die Rentabilität mal anschauen. Auch hier sehen wir, äh, Return on Capital 17%. Auch das ist wieder sehr, sehr gut. Ähm, wir haben hier wirklich tolle Unternehmen, die echt extrem rentabel laufen. In den letzten Jahren Umsatzwachstum 15% pro Jahr, Gewinnwachstum 17% pro Jahr und eine Dividendsteigerung von 35% pro Jahr. Also, was will man denn als Investor oder als Aktionär denn mehr? Wenn man jetzt sagen, überlegt mal, 35% jährliches Dividendenwachstum. Wo bekommt man denn bitte eine Gehaltserhöhung von 30% im Jahr? Ja, bei diesem Unternehmen schon. So, ähm, dann haben wir auch hier einen Qualitätscheck, den wir uns auf jeden Fall anschauen möchten. So, auch hier 14 von 15 Punkten. Also auch ein Qualitätsunternehmen, wie es halt sein soll. Das ist wahrscheinlich das größte Unternehmen. Börsenwert hier 140 Milliarden gegenüber den anderen zum Beispiel Qualys mit knapp 5 Milliarden. Ist das natürlich, dass ein Gigant dagegen. So, und jetzt schauen wir uns auch noch das letzte Unternehmen an. Das ist, ähm, Saima. Ja, ich habe den Konkurrenten im Depot. Das ist, äh, Movie aus dem Bereich, äh, ich sag mal, Fish Farming. Also, die produzieren, ich sag mal, Fische, äh, Lachs, eigene Zucht. Ähm, da sind keine Wildlachs, sondern halt gezüchtete Lachs. Und das ist natürlich auch nachhaltig. Und, ähm, man hat auch große, große Abnehmer, wie die Chinesen. Die lieben Fisch und auch Fisch ist gesund. Und, äh, deswegen auch für die Zukunft werden wir wahrscheinlich auch immer mehr uns mit Fisch ernähren. Ja, ähm, hier sehen wir, wir gucken uns mal hier, erstmal die Daten anschauen. Und zwar, was haben wir denn hier? Also, wir haben hier seit 2018 ist der Ausbruch gelungen. Und seitdem ein bisschen halt seitwärts übersehen. Aber seit ein paar Wochen, Monaten sind wir jetzt wieder im Trend, äh, nach oben. Und, äh, ja, ähnlich, äh, wie bei den vorigen Unternehmen. So, dann haben wir hier auch Umsatzwachstum zu verzeichnen. 2019 12 Milliarden, 2022, also innerhalb der nächsten drei Jahre soll das Ganze auf 15 Milliarden ansteigen. Auch Gewinn ist vorhanden von 2 Milliarden auf 3 Milliarden. Dann haben wir die wichtigen Sachen. Ich verspülle mal das Ganze. So, und dann sehen wir wieder die wichtigen Sachen. So, Return on Capital, also Kapitalrendite 22 Prozent. Also hier bekommen wir auch wirklich was für sein Geld. Dann Umsatzwachstum, Gewinnwachstum liegen hier zwischen 11 und 15 Prozent. Dividendenwachstum 18 Prozent. So, also alles in allem auch ein super tolles Unternehmen, was man sich auf jeden Fall etwas genauer anschauen kann und auch zukunftsorientiert ist. Denn Nahrung werden wir in der Zukunft benötigen und dazu auch noch, ich sag mal, Nahrung, die halt schmeckt und auch die gesund ist. Und die halt, äh, nachhaltig ist, die man selber gezüchtet hat. So, und deswegen, Saima, aber auch Movi, auch da interessant. So, dann haben wir jetzt, äh, fünf Unternehmen, fünf Unternehmen, die ich, äh, auf meiner Watchlist, beziehungsweise die ich sehr interessant finde. Also Qualis ist auf meiner Watchlist für Cybersicherheit. Dann haben wir der Hergé aus, wie sagt man, Schokolade. Äh, wer Schokolade in seinem Depot haben möchte, können Sie erst das Unternehmen anschauen. Dann haben wir den Traktor Supply Unternehmen aus dem Bereich, äh, Landwirtschaft. Und dann ISML Holding aus den Niederlanden für halt, äh, Halbleiterindustrie. Auch ein sehr starkes Unternehmen, hätte ich vor ein, zwei, drei Jahren kaufen können. Hatte ich fast auf meinen Finger schon getippt zum Kaufen, hab mir aber doch, äh, nicht entschieden, das zu machen. Hab es weiterhin auf der Watchliste stehen lassen. Leider hätte ich mal machen können. Jetzt ist natürlich der Kurs immer weiter nach oben geratscht. Aber auch wie auch in den Fingern, haben wir hier noch Potenzial. Und in Fingern habe ich ja in meinem Depot. So, und das letzte war ja Saima, Konkurrent von Movi in dem Bereich Lebensmittel. Also, das waren wirklich, äh, fünf tolle Unternehmen, die man sich auf jeden Fall anschauen sollte. So, einfach mal in die Kommentare rein, ob du schon eins dieser Unternehmen hast. Würde mich mal freuen, wenn wir darüber sprechen können. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und wir sehen und hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschö.